Na mein Süß, hallo. Kommst du wieder raus aus deinem Urwald? Ja, wo bist du denn? Hallo, Emmi im Urwald. Kalle Bremsen, so ist prima. Guck mal, Emmi ist hier. Da ist Emmi, im Grasurwald. Emmi, wollen wir langsam mal einpacken? Fängt gleich an zu regnen. Guck mal her, Rübeli. Alles spannend? Ja, dolles spannend wieder. Bist du ein bisschen kaputt jetzt, oder? Kann das sein? Emmi, ein bisschen kaputt? Julia? Süßes. Bist du auch ein bisschen kaputt? Bitte, danke. Ja, Kalle mein? Hoppala. Flattermaus. Flattermaus. Gut, gut. So, Emmi, jetzt sind wir einmal rum. Jetzt sind wir wieder beim Kalle. Du auch noch eine Blume essen, Kalle? Ja? Guten Appetit. Jetzt starten wir noch am Schillingen, Entschuldigung, der Hernam piston rất behten. Entschuldigung, wer 130 sagt. Hierbei begin eine hil speechless. Vielen Dank.